Hallo Boris, wir müssen leise sein, hier schläft schon alles hinter mir. Willkommen zum großen Domian Talk. Das waren noch Zeiten, oder? Als nachts um eins man wach lag, um zu hören, welche gestörten, toxischen Menschen bei Domian angerufen haben, um ihre Beziehungsprobleme zu besprechen. Vor allen Dingen solche Leute, die gesagt haben, hallo Domian, ich habe mir gestern eine Kartoffel in den Po gesteckt, heute ist es eine Glühbirne, sie ist nicht mehr rausgekommen, was kann ich tun? Hat es alles gegeben. Weißt du, was mein Lieblingsanruf aus Domian ist? Dass jemand sich einmal im Monat, ich weiß nicht, wie viele Kilogramm das waren, mehrere, weiß nicht, 50, 60, 70 Kilogramm Hack gekauft hat, hat sich das in die Badewanne gelegt, hat sich daraus eine Frau geformt und hat darauf ejakuliert. Also, ja. Das kann man bestimmt googeln auf YouTube. Ich komme gerade von einer Veranstaltung. Wo es Matt gab. Wo der Haupt, nee, wo der Hauptpastor des Michels, des Hamburger Wahrzeichens war und der hat da gesprochen und diskutiert. Und das war sehr spannend, ein Mann, der unglaublich toll reden kann und dazu gab es unglaublich leckeres Essen und jetzt kommst du mit der Nummer mit dem Hackfleisch. Jetzt muss ich mich echt zusammennehmen, dass mir das nicht hochkommt. Gab es da denn Buletten oder bei euch sagt man Frikadellen? Wie sagt man bei euch? Bei uns gab es, wenn ich dir das erzähle, was es bei uns zu essen gab, dann wird der ganz wundersam werden. Also, allerfeinstes, allerfeinstes Sternessen. In diesem Fall mit etwas, was ich noch nie gegessen habe in meinem Leben, Kalbsbries mit Morcheln und sowas alles. Also, es war unglaublich zart und lecker. Und dann habe ich festgestellt, es ist irgend so eine Drüse aus dem... Aber es war trotzdem unglaublich lecker. Danach gab es mit Churisco-Mischung ausgestopfte Tintenfische auf einem Bärlauch-Risotto. Und dann gab es als Nachtisch eine nachgemachte Kirsche an Zimteis mit Pudding. Unglaublich. Und unser Lieblings-YouTuber, der hat ja auch vorhin wieder, wir zeichnen hier übrigens jetzt am, was haben wir heute, Mittwochabend, Mittwochnacht, Donnerstagmorgen, was auch immer, wie man das nennen mag, zeichnen wir auf. Unser Lieblings-YouTuber hat gerade aufgehört mit seinem Livestream und hat wieder mal so ein riesengroßes Weinglas gehabt, wo er den ganzen Abend Rotwein getrunken hat, was ihm ein Zuschauer namens Jens zugeschickt hat. Er hat ein paar Mal gesagt, danke Jens, das ist dein Rotwein hier, Jens. Ja. Und er hat übrigens, also wir heißen offiziell jetzt nicht mehr Altherren-Kanal, er hat natürlich wieder über uns gesprochen. Wir sind jetzt offiziell Beavis und Butt-Head. Ja. Ja, mein Gott, aber das sind doch Kultfiguren, oder? So wie Moldorf und Stedtler, oder? Weißt du was? Ja, nee, nee. Was haben denn Beavis und Butt-Head gemacht eigentlich? MTV, das waren Comicfiguren. Ich weiß, ich weiß. Was waren deren Tätigkeiten, deren Rollenverteilung? Die saßen so ein bisschen wie Oliver Kalkofe vom Fernseher und haben verschiedenste Sendungen und Musikclips, heute würde man sagen, reacted, also bewertet, oder sind da rein in diese Videos und haben sich da, glaube ich, reinzeichnen lassen. Also so, ja, also da gibt es schlimmere Bezeichnungen, glaube ich. Wenn sie gesagt hätten, das sind Arsch und Eimer oder so, ja, oder Tick und Tock, also, ne, aber jetzt, das finde ich jetzt eigentlich okay auch von ihm. Also da hatte ich in meiner Schulzeit schlimmere Namen, muss ich mal so sagen. Da möchte ich ihn auch ein bisschen jetzt mal den Mikey nennen, mal unter Mikey. Ne? Ja. Und bevor wir gleich darüber sprechen, möchtest du dich dazu äußern, wie traurig du bist, dass Schwiegertochtergesucht nicht mehr linear weitergeht? Kannst du mir erklären, warum ist die Quote so schlecht? Ja, ja, fünf Prozent, vier Prozent, sechs Prozent, das reicht ja nicht. Weißt du, woran das liegt? Ich kann es dir genau erklären. Das liegt daran, dass dieses Stilmittel der Alliteration den Generationen, die jetzt in der Schule sind, gar nicht mehr bekannt sind, die verstehen das gar nicht, sondern die denken, die sprechen da eine kranke Sprache, was ganz falsch ist, denn das ist ein sprachliches Meisterwerk. Und deswegen bricht diese Zielgruppe der Jungen ganz von, die verstehen das gar nicht mehr. Und die Alten, die Alten haben Angst, vor den Jungen als Alte dazustehen, dass sie die Scheiße noch verstehen. Ja, und ich habe mir schon überlegt, ob ich dich heute mal ab und zu mal den Bumsfideelen Boris nenne. Wie kommst du darauf? Ich weiß auch nicht, wie ich mich darauf komme. Gibt es den Ausdruck noch Bumsfideel? Kennst du das noch? Ja, ich kenne das, klar. Bumsfideel ist genau wie Knorke. Das kann man alles mal machen. Dufte. Dufte, ja. Ja, Knorke, was es alles so gibt. Und ich habe übrigens, um meine Traurigkeit mitzuteilen, ich bin auf Instagram mit Vera in Fehn verknüpft und habe ihr den Screenshot geschickt, dass das eingestellt wird und habe ihr meinen Bedauern mitgeteilt. Daraufhin hat sie mich, glaube ich, für ganz blöde gehalten, denn sie hat geschrieben, mir geantwortet, das ist schade, aber ich bin dafür ja nicht mehr verantwortlich. Das weiß ich doch, liebe Vera. Ich weiß doch, dass du raus aus dem... Ich wollte dir doch nur mitteilen, das ist doch dein Baby gewesen, dass das nun zu Ende ist und dass es wahrscheinlich auch nicht zurückkehren wird, wenn man das jetzt innerhalb der Staffel absetzt. Und da hängen ja auch immer Jobs dran und so weiter. Und wer weiß, wo die jetzt landen. Vielleicht bei Prominent getrennt, man weiß das alles nicht. Man weiß es nicht. Und ansonsten war sonst irgendwas in der Medienbranche los. Genau, Raab und Heilmich boxen also jetzt. Das steht jetzt fest. Die Karten sind schon ausverkauft. Ja. Nach zwei Stunden waren die weg. Und jetzt sag mir, welcher Sender macht es? Das war ja nicht. RTL, oder? ProSieben, RTL? Ich sage, es ist RTL. Nochmal, ich frage dich. Hamburg 1? Ich frage dich, welcher Sender macht es? Und du weißt es nicht, richtig? Ich weiß es nicht, nein. Normalerweise würdest du als erstes wissen, RTL präsentiert, die heimlich Raab Boxnacht. Aber ich sage dir eins, was wäre denn, wenn er es nur online macht? Weil er wollte ja Influencer werden. Join? Nee, online. Einfach nur tatsächlich über, keine Ahnung, YouTube eigenen Kanal für aufhören. Du kannst einen eigenen Kanal für aufhören und jeder bezahlt einen Euro, der zugucken will oder so. So wie Famefighting bei Bild.de zum Beispiel. So was in der Art, genau. Okay. Und nur bei Bild gucken nicht so viele Leute zu. Ich glaube, das Potenzial dieses Boxkampfes liegt bei zwischen sieben und zehn Millionen. Überleg mal, du sagst, da gucken nicht so viele Leute zu. Erinnerst du dich, was für Probleme hatten, uns da einzuloggen? Ja, ja. Weil die Leitung überlastet war. Ja, ja. Ein Irrsinn. Und du doch noch dein Geld zurück überwiesen bekommen hast, ne? Das habe ich zurückbekommen. Ja, ich nicht übrigens. Die 4,99 sind weg. Verdammte Scheiße, ja. Aber echt. Ansonsten war medienmäßig was los. Ich weiß gar nicht. Ach ja, hier. Gestern Abend hat unser Lieblings-YouTuber mit Hotte live gestreamt. Zusammen. So wie wir das sonntags machen. Ja, Therapiestunde. Gut. Genau. Und er hat sich erhofft, dass Hotte ihm ein bisschen verbal in die Arme nimmt und ihm Zuspruch gibt. Hat er aber gar nicht getan. Er hat richtig Konter gegeben. Und hat unter anderem auch, als Mike angefangen hat, über uns herzuziehen, hat Hotte gesagt, weißt du was, Mike? Also, ich bin ja Boris-Fan, hat er gesagt. Ich bin ja Boris-Fan. Und dann hat er, er ist wieder unser Lieblings-YouTuber, erst gesagt, ja, 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 Boris und so. Und dann hat der Hotte gesagt, nee, und ich mag auch den Buttermann. Ja. Den mag ich auch. Ja. Denn ich kannte die am Anfang nicht und konnte nach dem ersten Video, ich konnte die nicht einschätzen, wusste nicht, was wollen die? Springen die nur auf den Mike-Zies-Zug auf? Was wollen die? Aber das ist sogar teilweise richtig lustig, hat er gesagt, was die machen. Ja. Und ich muss sagen, und Mike, wenn du nicht über dich selber lachen kannst, dann ist das eher so ein bisschen deine Baustelle, als die der anderen. Fand ich jetzt nicht. Du, Mike, wir musst jetzt auch mal, also ganz ehrlich, ich habe es ja gestern schon und vorgestern auch schon gesagt, wir haben doch gar nicht, also, wir haben insgesamt, würde ich mal schätzen jetzt, das mag jetzt total daneben liegen, aber ich schätze mal, wir haben vielleicht so 50, 80 Stunden zusammengesprochen in den letzten Jahren. So, ne? Davon haben wir, ich sage jetzt mal, vielleicht 20 Minuten von diesem Mike gesprochen. Du wartest ja nicht diesen Vogel sagen. Nein, ich habe fast erst mal rausgerutscht. Also, den Mikey, den Mikey gesprochen. Mikkel, die Mikey, ja. Und das hat gar keine, und das hat keine Relevanz und das ging uns nie um Quote und diese ganzen Verdächtigungen, das finde ich total absurd, was es, was mich, mich irritiert das, dass es da so eine große Gemeinschaft gibt, die sich so beschäftigt. Aber ich habe gestern von der lieben Yvonne und von dem Roman, habe ich wirklich was gelernt. Also, es war wirklich unglaublich spannend, mit denen zu sprechen, weil ich habe nicht gewusst, dass dieses Reacting und so, dass das alles, dass das tatsächlich fast eine Branche ist. Ja, nicht nur fast. Also, ich sage mal so, mit den Einnahmen, die die haben, müsstest du dich morgens nicht mehr zu Hamburg 1 quälen, sondern könntest einfach bis zwölf im Bett bleiben. Und jetzt frage ich dich eins, warum schon wieder, wie so oft in meinem Leben, ne? Also, auf der einen Seite bin ich Sachen ganz nah, aber ich merke gar nicht, wie nah ich ihnen sein könnte. Ich hätte doch auch schon vor fünf Jahren anfangen können mit dem YouTube-Zeug. Ich habe das ja, also ich habe ja dieses Reacting zum Dschungel auf Facebook in großen Gruppen, das habe ich erfunden. Es gibt keinen von mir, der das gemacht hat. Keiner. Und lass mich raten, da waren jetzt aber nicht unbedingt 5000 Leute dabei, die kommentiert haben. 1200. Okay, das ist aber ordentlich trotzdem. Ja, ja, genau. Das war die Spitze bei der Staffel, ich weiß nicht mehr genau, Staffel 3 oder 4 oder so. Okay. Und danach haben das ja ganz viele gemacht. Danach gab es ja unglaublich viele von diesen Gruppen, die praktisch geguckt haben und gechattet haben gleichzeitig. Und ja, und Instagram habe ich auch schon gemacht, bevor es Instagram gab. Nämlich auf Hochformat Filmhausen kann man 7000 Filme auf Facebook von mir sehen seit 2010. Und auch da hat ich nichts draus gemacht. Ja, aber da kann man im Nachhinein, da kann man noch eine Blu-Ray-Edition draus machen. Also das Best auf Hochformat Filmhausen. Und da waren wirklich lustige Sachen dabei. Aber jetzt, wie gesagt, deswegen gestern habe ich viel gelernt von den beiden und ich werde sie auch um Hilfe bitten, wenn es nötig ist. Aber ich denke auch, man muss das jetzt, also wenn es Menschen gibt, die das doch interessiert. Und wenn wir die Chance haben, zumindest halbwegs unterhaltsam darüber zu reden, dann sollten wir das besser machen. Und sollen probieren, schöne Trailer, wie du jetzt heute zum Beispiel geschnitten hast, solche Sachen zu machen. Ja, und vor allem irgendwie geht da, also das Video mit unserem lieben Gast Michael, das ist seit 20 Uhr online. Ja. Und ich sage mal so, das hat jetzt doppelt so viele Live-Zuschauer als wir am Sonntag in unserem Live. Ja. Das ist schon mal bedenklich. Ja, es ist verständlich und bedenklich. Und jetzt ist das Video sozusagen seit 21.30 verfügbar, also so ungefähr 100 Minuten und hat ja zweieinhalbtausend Abrufe. Wir haben aber nur 3.500 Abonnenten und es hat zweieinhalbtausend Abrufe. Was also heißt, es gibt ein gesteigertes Interesse. Und ich habe das Gefühl, über Nacht, wenn ich morgen früh aufwache, könnten wir so 5.000, 6.000 Abrufe haben. Und dann kommt ja morgen noch das Interview mit Roman und mit Yvonne. Und was noch keiner weiß, am Tag danach, da zeichne ich morgen Vormittag nämlich was auf, gibt es noch ein weiteres Interview mit einem Insider. Der sich hat von unserem Lieblings-Youtuber übers Ohr hauen lassen. Und der berichtet mir, der hat sogar eine Anzeige erstattet gehabt und der erzählt uns, wie das alles verlaufen ist. Weil da ist sogar König Sindermann drin verwickelt, der eigentlich Kronenzeuge war. Und dann aber sich irgendwie wohl wieder hat gesagt, nee, ich will da doch nichts mehr zu sagen. Ich glaube, so war die Geschichte irgendwie. Ja, also ich möchte dazu nochmal deutlich sagen, dass alle diese Zahlen mir wirklich nichts sagen. Ich habe von dieser Branche keine Ahnung. Wenn du sagst, wenn du sagst 5.000, ja, ich rechne in, keine Ahnung, 16, sowieso, aber in 16,8 Prozent für so eine TV-Totalsendung für die erste oder eine 25 Prozent für dann die weiteren TV-Totalsendungen, die dahinter kamen. Und das waren Millionen von Zuschauern. Ja gut, aber darf ich dir bitte sagen, dass Big Brother, die Live-Show, 300.000 Zuschauer mittlerweile hat mit 5-Prozent-Marktanteil. Also ich weiß, die Fernsehzahlen, die sich verändert haben, deswegen kann ich so dieses YouTube und die Zahlen dazu nicht einschätzen. Ich kann auch nicht einschätzen, ich habe mal so einen lustigen Clip gemacht über die Bundesbahn auf TikTok. Der hatte ja ruckzuck 1,9 Millionen und ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist. Also ich weiß auch nicht, warum. Ich habe gar nicht, dass ich das wüsste, würde ich es jeden Tag machen, aber ich weiß es nicht. Und ich finde vor allem ganz toll, und das möchte ich gerne mal erwähnen, dass auch hier, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, während des kompletten Lives den Chat zu betreuen. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass da so viel los ist, das ratterte nur so durch. Ich habe aber immer mal ein Auge drauf geworfen, ich habe währenddessen nämlich ein Interview geführt gehabt und konnte immer nur so mit einem halben Auge mal drauf schauen. Und trotz allem, auch wenn es manchmal, habe ich gesehen, ein bisschen provokant war oder ein bisschen hoch herging, ist man, glaube ich, so habe ich es wahrgenommen, respektvoll miteinander umgegangen. Und man darf ja gerne Kritik üben, konstruktiv sein. Das ist ja gar kein Problem, solange man respektvoll miteinander umgeht. Außerdem habe ich, ich finde das jetzt leider nicht, habe ich gesehen, hat zum Beispiel eine 72-jährige Dame geschrieben, die gesagt hat, ich bin durch Zufall hier bei euch gelandet und ich finde euch so toll. Und, Entschuldigung, das könnte, wenn ich mal hochreiche, das könnte, könnte, keine Ahnung, meine Omi sein oder was weiß ich. Und da frage ich mich, also da hat sich die Welt ja auch ein bisschen geändert. Vor 20 Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, dass 72-jährige Damen auf YouTube einen Account haben und Videos kommentieren. Naja, das ist eben ganz ehrlich, weil es unterhaltsam ist. Und wenn sie systematisch in den Altersheimen YouTube einführen würden und würden das, nee, ohne Scheiß, das klingt so lustig, aber ich habe da gerade neulich einen Vortrag drüber gehalten, über Entertainment im Alter. Wie viele Menschen sitzen heute in Altenheim bei grellen Lichtern, irgendwelchen Neonlichtern an einer Decke in kleinen, sterilen Zimmern, die keinen Alltag haben und nichts. Den könnte man doch, das wäre doch wunderbar, wenn jeder von denen anstatt einen Fernseher, einen Fernseher mit YouTube hat. Gibt es doch alles. Ein Smart Fernseher, fertig ist das Ding. Und dann wird denen das einmal erklärt. Und was glaubst du, dass die einen Spaß hätten? Weil YouTube ist ja endlos. Und wenn du nicht mehr beweglich bist und sowas alles, wäre das eigentlich eine super Möglichkeit, auch da eine ganz andere Klientel nochmal anzusprechen, auch mit den Themen. Also ich finde zum Beispiel solche Themen wie, keine Ahnung, Kirche in der heutigen Zeit, die haben es ja mit allem verkackt in ihrer Corona-Politik und dem Ganzen, dass sie sich da den ganzen linken Gewäsch anhängen. Ich glaube, dass sowas wie Kirche zum Beispiel eine große Chance hat, da auch vielleicht wieder neue Gemeinschaften zu finden. Und gerade in so schwierigen Zeiten und so. Oder, keine Ahnung, Menschen, die irgendwelche bestimmten Krankheiten haben, die sich zusammen austauschen können. Dafür ist YouTube ja super geeignet. Also ich fordere YouTube für alle Altenheime. Wenn ich mich eines Tages sammeln sollte, dann sammeln wir für YouTube in Altenheimen. Ich besorge Altenheime hier mal in Hamburg, wir testen das mal. Und dann sorge ich dafür, dass da ein Techniker hinfährt und das macht. Und vor allem kann man auch da, das glaubt man gar nicht, da kann man alte Shows sich angucken, die Leute hochgeladen haben. Da kann man Sachen wie lustig ist, das Zigeunerleben singen. Eine Demenzkranke heute, wenn du dem vorspielst, lustig überraschen. Was meinst du, wie gut er wieder drauf ist? Ja, ja. Kein Scherz, ich habe ja bis vor zwei Jahren, war ich ja als Sozialbetreuer in einem Altenheim, also auch mitten in der Corona-Zeit drin und habe für die, sage ich mal, das, was du bei der AIDA gemacht hast, das habe ich so ein bisschen im Altenheim gemacht, das Entertainment-Programm organisiert. Mit Gesangsnachmittagen, mit Quizspielen und so weiter und auch immer gerne mal alte Fernsehsendungen angeguckt. Und wenn da wirklich so eine alte Peter-Alexander-Schuh lief zum Beispiel. Die saßen da mit halb offenem Mund, haben mitgesungen Lieder, die sie 30 Jahre schon nicht mehr gehört haben und so weiter. Und das ist kein Scherz, es ging denen das Herz auf. Ja, natürlich. Und ich möchte ganz kurz, nachdem ja Punkte respektvoll miteinander umgehen, ich möchte ganz kurz, weil ich das gerade lese, das finde ich ganz spannend. Hier hat jemand, und hier, liebe Nathalie, ich lasse diesen Kommentar auch stehen, sie hat gepostet, Achtung, Kritik an uns, sie hat gepostet unter diesem Video jetzt mit Maikiel, ekelhaftes Format, was ihr da macht. Pass auf. Und dann haben wir die Elfer, heißt die, glaube ich, die schreibt, Weißt du, was das Lustige ist, Nathalie? Wenn du den gleichen Kommentar bei deinem Maik schreiben würdest, zack, wärst du direkt geblockt. Siehst du, das ist der Unterschied. Auch du darfst deine Meinung kundtun auf diesem schrecklichen Kanal. Ja. Ja, oder? Soll ich das kurz erklären? Ja. Dieser Prozess nennt sich, das gab es früher auch mal in Deutschland ganz ausgeprägt, das nennt sich Demokratie. Da passiert Folgendes, da ist freie Meinungsäußerung möglich, da kann man wählen, was wählbar ist. Und da ist es nicht so, dass diejenigen, die gerade bestimmen, ihren Hauptteil ihres Lebens damit verbringen, die, die vielleicht lieber besser bestimmen würden, abzuservieren oder irgendwelche Demos zu organisieren oder irgendwelchen Irrsinn zu inszenieren, sondern dass die dafür sorgen, dass es den Menschen besser geht. Und da gibt es dann in der Demokratie, gibt es so die Regierung, dann gibt es die Presse, die guckt der Regierung schön auf die Finger und dann gibt es da auf der anderen Seite mal die Leute, die das kommentieren und Meinungen in Kneipen und meinetwegen auch im Netz und sonst überall. Und das, so geht Demokratie, genau. Und das ist bei uns auf dem Kanal, genau so ist das hier. Und weißt du, was ich ganz spannend finde, auch jetzt für mich, dass man Dinge einfach mal aushalten kann, auch Meinungen einfach mal aushalten. Muss man. Oder? Was das Tolle ist dann, je älter du bist, desto leichter fällt dir das. Ich verstehe, dass die jungen Leute manchmal sehr aufgeregt sind und auch so die mittelalten Leute sind ganz aufgeregt. Das verstehe ich, weil ich zu der Zeit, als ich so alt war, war ich auch aufgeregt. Aber heute gucke ich mir das an und wenn, wie heißt sie, Nathalie? Ja. Wenn ich es so richtig scheiße finde, dann kann ich sagen, liebe Nathalie, es gibt einen total einfachen, wunderbaren Trick, ja? Und zwar ist das, ich bin hier der Uri Geller unter den Fernsehexperten, wegschalten. Genau, denn das Ding ist, man muss uns ja gar nicht gucken. Es gibt, und das ist der Irrtum, klar gibt es eine moralische Verpflichtung für jeden Deutschen, uns hier anzugucken, aber man muss sagen, wir zwingen sie nicht dazu, sondern es darf jeder selber aussuchen. Wenn es da einen da gibt von den 80 Millionen, einer von 80 Millionen, wenn der das nicht gucken möchte, muss der das nicht gucken. Das stimmt. In unserem kleinen Late-Night-Talk-Format, was ich übrigens ganz schön finde, vielleicht sollten wir zukünftig einmal so ein bisschen mehr Late-Night machen. Es gibt keine offizielle Late-Night-Show mehr im deutschen Fernsehen, vielleicht sollten wir Late-Night machen. Da bin ich sofort mit dabei, da müsste ich aber vorher dieses, mit dieser Frühsendung bei Hamburg 1, das würde ich dann, weil echt, ich bin jetzt schon am 8. Aber du musst doch erst um 8 anfangen, jetzt stell dich doch nicht so an. Ja, aber ich muss, pass auf, meine Frau ist heute nicht da, heute Nacht, ich bin also alleine. Strohwitwa bist du heute. Strohwitwa, genau. Ich muss morgen früh vier Hunde rausbringen. Ich muss dann um spätestens viertel vor sieben, naja, nee, Quatsch, viertel vor sieben, na doch, viertel vor sieben, muss ich spätestens im Auto sitzen. Das bedeutet aber um, ich würde mal sagen, sechs aufstehen. Das heißt in sechs Stunden. Das heißt in sechs Stunden. Ja, in sechseinhalb Stunden. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, was alle anderen noch gar nicht wissen, wir sind am Sonntag auch wieder live und haben einen besonderen Gast dabei. Magst du mal erzählen, wen? Ich habe gehört, dass der feine Herr K. Ray dabei sein sollte. Der hat sich angekündigt. Ja. Da kommt er, wolle man reihlasse? Jawohl, wir lassen da rein. Wenn du jemanden, der ihn nicht kennst, es gibt fast kaum noch jemanden, der ihn nicht kennt, aber wenn es da jemanden gibt, wie würdest du ihn mit wenigen Sätzen beschreiben? Er ist ein klassischer, also er ist das, was in den 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahren ein Comedian war. Nämlich politisch unkorrekt, den Finger in die Wunde und das Ganze intelligent und gut verpackt. Außerdem ist er noch ein schöner, ist er ein guter Sänger, er singt also noch gerne in seinen Shows nebenbei. Und was das Tollste bei ihm ist, ist, wenn du da bist, da hast du echt zwei, drei Stunden Rambatsammer, kannst richtig lachen, kannst den Rest der durchgeschepperten Welt vergessen. Wenn jemand empfindlich ist und möchte sich unbedingt aufregen und möchte das Gefühl haben, er ist wirklich ein besserer Mensch, dann würde ich ihm empfehlen, da nicht hinzugehen. Das ist wie unseren Kanal gucken, lass die Scheiße sein, die 80 Millionen reichen uns ja, wenn du keine Zeit hast oder willst das nicht sehen, alles okay. Bei K. Ray ist das auch so, denn der sagt ganz am Anfang seiner Show schon, liebe Freunde, nur, dass ihr es wisst, bei mir geht es politisch nicht korrekt zu, das ist ganz bewusst so. Deswegen haken wir die ganze Scheiße jetzt mal gleich ab und dann sagt er, Negerkuss, 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 Zigeunnerschnitzel, 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 Zigeunnerschnitzel. So haben wir das Ding auch geklärt. Und da gibt es schon Leute, die sich dann angestoßen fühlen und die sollten da lieber nicht hingehen. Aber ansonsten ist das ein lustiger, intelligenter Zeitgenosse, der richtig was kann. Genau, und vielleicht sollten diese Menschen am Sonntag auch nicht unbedingt hier reinschauen dann im Live oder kommentieren oder wie auch immer. Also wir wollen Spaß haben am Sonntag. Ich muss überlegen, ehrlich gesagt, weil unser lieber K. Ray ist ja gar nicht so im Reality-Game drin. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen überlegen, worüber wir eigentlich mit ihm die Stunde plaudern, weil ich sag mal, Mike sees Nachhilfe. Ich würde mal so sagen, schick ihm doch mal die Prominent-Getrennt-Folge, die wir jetzt heute besprechen, gleich, wo ich hier auf der Tischplatte zusammenbreche vor Müdigkeit. Und auf jeden Fall, die schick ihm doch mal. Und dann möchten wir mit ihm darüber reden, der davon überhaupt keine Ahnung hat, der weit weg ist von der Thematik, was er darüber denkt. Und ob er nur sagt, was für Vögel sind denn da, was habe ich mir denn da angeguckt. Sehr lustig. Und dann kommen wir gleich zum Thema. Über wen wird er sich am meisten echauffieren? Über unseren Lieblings-Youtuber oder doch über Kim Virginia? Na, Kim Virginia, Entschuldigung. Du bist wieder Fan, du bist schon wieder Fan. Nein, ich bin kein Fan, aber ich möchte, weißt du, es gibt diese Momente im Leben, wo du etwas guckst, wo du auf dem Weg bist, dich zu echauffieren. Und dann fällt dir von hinten in den Kopf, kommt so ein ganz warmes, schönes, vanilliges Gefühl. Und du denkst, ach, weißt du was, Mädchen, da gibt es doch dieses Lied von Take That, das heißt Patience, Geduld. Und dann nehmen wir uns mal einen Arm und schunkeln ein bisschen und singen, just have a little patience, um sie mal runterzubringen. Ein bisschen, weißt du, so. Andererseits muss ich sagen, sie unterhält mich unglaublich. Die hauptsache und raus waren. Ja, den Toxiboy, bist du der, wie hat sie gesagt, bist du der little Toxiboy oder irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Und was war seine Antwort? Nein, nenn mich bitte Narzisst. Aber er hat vor allem auch, erst mal hat er gesagt. Ja, ja, genau. Und da hat er gesagt, nein, du nennst mich bitte Narzisst. Genau. Wobei wir uns seit Wochen in seinen YouTube-Live-Videos anhören müssen, nenn mich bloß nicht Narzisst. Die Leute werden reihenweise aus dem Chat geschmissen, die das sagen. Ja. Aber gut. Ich fällt es mir wieder ein. Er hat gesagt, bist du nicht der kleine Toxic-Dude. Ah ja, genau. Richtig. Dafür ist schon, weißt du was, für mich ist das schon ein T-Shirt. Stell dir mal vor, du hast ein T-Shirt. Ich bin der kleine Toxic-Dude. Ich habe heute gelernt von unserer Stella, unserem Lehrling Generation Z, die mit uns immer einmal die Woche in einer Morgensendung ist und uns was erzählt, was die jungen Leute so machen. Und die hat erzählt, dass diese jungen Mädchen manchmal auf diesen Toxic-Typen stehen und das so ein bisschen kribbelig finden. Und das Ganze wiederum hat zu tun mit Shades of Grey. Und da kommen wir gleich zu den interessanten Fakten, die wir gestern ja gelernt haben, dass ja unser Mikey ein guter Bumser ist. Ja, also, dass du das so sagen kannst. Ja, Entschuldigung. Ich bin ja schämen, sorry. Also, das ist ein guter Ficker. Das ist doch Late Night. Wir können doch bei Domian sagen, dass das ein guter Bumser ist. Alle die Sachen, die man nicht sagen darf. Auf jeden Fall, das scheint das Einzige, was er an Qualifikation hat. Und mein Vorschlag war ja, dass man das dann zum beruflichen Inhalt auch machen sollte, wenn man das kann. Vor allem, du hast gerade gesagt, zur Qualifikation. Also, du hast schon wieder unterschwellig das Bumsen eingefügt irgendwie. Und ja, das Interview seht ihr ja morgen mit Ramon und mit Yvonne. Yvonne hat bestätigt, also nicht aus eigener Erfahrung, sondern weil sie mit vielen Frauen gesprochen hat, die mit ihm gebumst haben, dass er einfach zumindest dieses Handwerk beherrscht. Nicht das Handwerk, wie man mit einer Frau ordentlich umgeht, im Zwischenmenschlichen oder in der Kommunikation oder in der Behandlung oder was auch immer. Oder auch nicht, wie man sich einen ordentlichen Job sucht. Aber beim Bumsen, der Schwabe würde sagen, fleißig wie ein Nähmaschinen. Ja, aber jetzt pass auf. Jetzt ist ja die, also anscheinend macht er das ja so gut, und zwar, weil er eine leicht dominante Ader raushängen lässt, wie auch im Rest seines Lebens als Narzisst und so, oder darf man das jetzt sagen? Ich weiß nicht, war das jetzt, war er Narzisst oder nicht? Er hat es ja gesagt selber. Also wenn du nicht Nazi sagst, dann haben wir eher ein Problem. Eh schon nicht, genau. Ist er auch nicht, übrigens, kann ich gleich hier mal sagen. Natürlich. Also außer, wenn wir alle Nazis sind, dann ist er auch Nazi, sonst nicht. Aber nein, also das Wichtige für mich war sozusagen, dass er der kleine Toxic-Dude ist, dass das bekannt ist und dass anscheinend mit dieser Rolle des kleinen Toxic-Dudes das einher damit geht, dass wenn er dann halbwegs vernünftig performt bei den Damen und ein bisschen dominant ist, dass das zumindest ein Paket ist, was dafür reicht, dass er sich eine Dame zum Vergnügen holen darf. Und manche Damen hätte er wohl auch finanziell ausgenommen, habe ich gelernt. Irgendwas war er da. Ach Gott, das will ja. Eventuell haben wir da die Tage auch mal jemanden, die uns da was berichten kann. Denn ich, wie gesagt, er hat ja mehrfach erwähnt, ich hätte sowas wie einen journalistischen Hintergrund und da triggert es mich natürlich ein bisschen, investigativ zu bohren. Ja, ja. Also du bist einfach nur der, der einfach gerne sagt, was er denkt, aber ich habe da so ein bisschen journalistisches Gespür und da gucken wir mal. Aber nein, wir haben gesehen in dieser Folge. Und erst mal muss ich sagen, ganz grob, sie hat mich gut unterhalten, die Folge erst mal. Darf man das nur sagen, oder? Ja. Er hat mich, also zwischen Empörung und Unterhaltung, da ist ein schmaler Grat, das muss man sagen. Ich habe eine Sache gelernt, die ich nicht gewusst habe. Ja. Und zwar, also anscheinend ist der Mikey, unser Mikey, er hat es mit älteren Frauen, kann das sein? Er hat erzählt, ich weiß nicht, er hat das jetzt hier nochmal erzählt, auf jeden Fall habe ich vor ein paar Tagen noch gehört, dass er in der Vergangenheit, wenn er mit Damen was hatte, waren die immer älteren Kalibers. Und jetzt frage ich dich, ich hätte ja gedacht, die Methode, wie er mit Frauen umgeht, kann er nur mit Jüngeren machen, weil die so doof sind und das nicht schnallen. Aber warum klappt das mit älteren denn? Und das habe ich heute gelernt, seine Michelle ist ja schon 45. Okay. Sie sieht zugegebenermaßen aus wie 35, das hat ja auch dieser Architekt, war es glaube ich, im Flugzeug zu ihr gesagt, was Mikey nicht gut fand. Also und dann hast du ihm gleich die Nummer gegeben, nein, und dann mache ich doch nicht, war gar nicht mein Typ, also die verteidigt sich auch gleich und dann sagt er, die Nummer steht ja auf deinem Koffer. So. Das war auch Dialog. Und da muss man allerdings auch mal sagen, trägst du auch die Telefonnummer auf deinem Koffer? Da ist so ein Schild zum Aufklappen, ja, da steht die Nummer drin. Siehst du, also wie soll man vor allem auch den richtigen finden, der sonst, also nur mit Namen kommt man ja auch nicht weiter. Und er hat übrigens im Live-YouTube, hat er das nochmal, er hat ja die komplette Folge auseinandergenommen vorhin und hat behauptet, er hat das deswegen gesagt, mit dem Koffer war das in Wirklichkeit sein Koffer war und er es unverschämt fand, dass sie ihre Nummer auf seinen Koffer geschrieben hat. Das ist geil, oder? Oder? Stell mal vor, pass auf, stell mal vor, dein Job ist es, diese Sendung, wann kam die raus? Um Mitternacht jetzt. Heute. Genau, also um Mitternacht kommt die Sendung raus. Dann war der also vor dieser Sendung, da hat er sie 14 Mal angeguckt, mit Notizen und sowas alles gemacht, weil er hat ja keinen anderen Lebensinhalt. Das heißt, er guckt dann die ganzen Dinge und dann präsentiert er, dann muss er warten, bis abends warten. Das würde mich ja irre machen, so lange zu warten. Dann ist der Zeitpunkt der Performance und dann haut er das alles raus und zerfetzt diese ganze Serie. Und wir Idioten kommen ja nur darauf, das einfach mal so zu kommentieren und uns an manchen Dialogen zu belustigen. Und das ist doch, da ist eine ganz andere Arbeitshaltung bei ihm. Eine ganz andere Arbeitshaltung. Und bevor ich das vergesse, Boris, du machst dir bitte jetzt einen Toast. Ja. Und da kommt was drauf. Ja. Trocken isst du das nicht, da kommt was drauf. Ja. Okay, nee, dann mache ich das jetzt. So. Sehr gut. Und ja, hättest du gewusst, dass Bier in deinem Kühlschrank ist, hättest du die Nuttenbrause nicht getrunken? Was ich mir alles für ein Scheiß merke. Ich habe mir nichts zu dir. Das fällt mir alles gerade ein. Großartig. Aber jetzt guck mal, jetzt überleg mal, du musst jetzt diese ganze Sendung auseinandernehmen. Das ist doch hardcore irgendwie. Und ich fand übrigens interessant, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir müssen das ja ein bisschen jetzt mal auf der Reihe abarbeiten. Also zwischen Mike und Michelle ist eine komplett durchgehend, das ist eine durchgehende Giftatmosphäre. Sie hat inzwischen raus, wie sie ihn triggern kann, er lernt zu triggern. Er ist auch gar nicht in der Lage, mit anderen Leuten zu kommunizieren, ist mir auch aufgefallen. Mit den anderen Leuten kommt er gar nicht klar, wenn da jemand reinkommt und sagt, hey, hallo, how are you? Und mal so. Damit kommt er überhaupt nicht klar, weil jemand anders nämlich das Licht auf sich zieht. Das hast du echt gemerkt, dass er da weg war. Dann hat sie ja neue Tattoos. Das, ja, und das möchte er gar nicht, mit den Tattoos, also er ist ja seine Ex, aber er möchte es trotzdem verbieten, so. Und dieser Immobilienmakler im Flieger, der hat sie ja auf 35 geschätzt. Sie ist aber 45, das war super. Und sie haben keine Nummern ausgetauscht. Und er ist kein Gentleman, der hat den anderen Damen beim Koffer überhaupt nicht geholfen. Ja, das hat gefahren. Beide nicht. Auch der andere, der Vogel nochmal, das habe ich vergessen. Marcello, irgendwie sowas, oder? Emanuel. Emanuel, genau, von Kim. Der Ex. Genau, genau, genau. Und auf jeden Fall, dann haben die beiden Jungs dann nebeneinander gestanden und haben nicht den beiden Mädels geholfen. Das war nicht schön, muss man sagen. Muss man nicht sagen, ja. Kam dir das auch so ein bisschen so vor, dass die, ich muss nochmal gucken, die Gina kenne ich ja von Big Brother und Couple Challenge. Aber wo ist denn deine Jacke? Die Ex-Freundin. Wo ist deine Jacke? Zieh die Jacke an. Die Ex-Freundin, genau. Emily heißt sie. Ja, zieh die Jacke an. Die Emily. Ich lebe mit dir, wenn du deine Jacke nicht anziehst. Die Emily ist ja so ein bisschen das weibliche Pondor zu Mike, habe ich das Gefühl gehabt, oder? Das ist ein interessanter Aspekt, habe ich gar nicht gehabt. Weißt du, was ich habe bei mir? Ja. Ich kriege bei der Vatergefühle. Bei Emily oder bei Gina? Bei Emily. Okay. Die Jungelhaarige. Das war Emily, ne? Ja. Genau. Ja. Mir tut die total leid. Warum? Weil ich irgendwie, ich gucke die beiden Mädels an und wahrscheinlich, weil die eine erinnere mich so sehr an, wie heißt sie nochmal hier, Big Brother Promi, Big Brother Valentina erinnert. Die Blonde. Die erinnert mich so ein bisschen, also einmal so von der Ausstrahlung kehrt, die mich so ein bisschen erinnert. Da hatte ich sofort Mitleid mit der anderen. Und wie die Emily immer erzählt, dass das alles unausgesprochen blieb und dass sie alleine gelassen wurde und dass sie irgendwie gesehen, also was war das eigentlich für eine Geschichte? Da war sie irgendwie bei einer Party. Hat gewummst auf dem Klo. Ja, mit zwei Typen oder mit zwei sogar, oder nicht? Ja, ja, genau. Also stell mal vor. Und sie kam mit einem Arm aus dem Klo wieder raus. Und hat dann gesagt, hat dann gesagt, was gibt's denn hier zu glotzen oder so? So, auf jeden Fall, abgesehen davon, ich könnte kotzen, dass ich so alt bin. Das scheint heute so rund zu gehen und man hat überall seinen Spaß. Was meinst du, was wir uns anstrengen mussten? In der Disco einladen, Blablabla, nach Hause gehen, Museum gehen, Kino gehen, hier, da, Auto fahren, Fenster runter, Arm raus, Zigarette. Und dann war erst mal nicht mehr als Händchenhalten drin. Nix. Ja. Und hast du es irgendwann geschafft und dann hast du festgestellt, die kann ich nicht mal richtig küssen und das war alles so anstrengend gewesen. Heute, ganz ehrlich, mit zwei Jungs in der Kabine, pimpa, pimpa und so, alle haben Spaß und wir sind irgendwie außen vor auch als alte weiße Männer. Das ist irgendwie nicht fair. Das ist nicht fair. Ich meine, das habe ich das alles nicht. Und zur Not gehst du in irgendein Format, wo du rumbumsen kannst. Wie die liebe Yvonne, ich habe mich ein bisschen, ich muss sehr gestehen, ich kannte Yvonne ja vorher auch nicht, habe so ein bisschen in ihre Videos reingeschaut und Temptation Island nennt sie ganz liebevoll Bums Bingo Island. Ja. Und das bringt es auf den Punkt, glaube ich. Ja. Aber merkst du, dass es irgendwie, also je tiefer man da einsteigt in diese Geschichte, desto wundersamer sind die Menschen und desto mehr ist eigentlich, also wenn ich mir jemanden angucke, wie hier, wie zum Beispiel Kim, wie die darüber redet. Also die will ja ständig irgendwas wegbügeln und das ist alles immer lustig und bla und hin und her. Und die hat, ich meine ganz ehrlich, ich kenne solche Menschen gar nicht. Und ich finde es total, deswegen sage ich ja, ich bin ja Fan, ja, weil die sorgt ja für brillante Unterhaltungsmomente, also. Und es war ja so, dass am Anfang, als Kim und Emanuel sich wieder gesehen haben, habe ich erst zu meiner Frau noch gesagt, guck mal, so kann man auch normal miteinander umgehen. Das änderte sich dann allerdings im Haus relativ schnell, weil Kim ihrem Ex unterstellt hat, er sei nicht loyal, weil er es nämlich gewagt hat, mit Sandra, das ist die Ex von Tommy, zu sprechen. Wichtig ist die Fingerbewegung, Achtung. Illoyal. Du bist illoyal. So, jetzt aber die Frage nochmal, hast du dich nicht auch gewundert, dass wenn da dieser einer im Wagen sitzt und einer steht am Straßenrand rum, dass die dann überrascht sind, sich zu sehen? Was hat die denn erwartet? Dass da Kai Pflaume kommt oder ich weiß es nicht. Aber nee, mal ernsthaft, die haben die doch eingeladen zu dem Format getrennt verbrennt, hätte ich fast gesagt, prominent getrennt. Rudelbumsen. Nee, aber jetzt steht die am Straßenrand, wen erwartet sie denn außer ihren Ex? Und wieso kann man dann sagen, hä? Nee, das gibt's jetzt da nicht. Nee, das gibt's jetzt da nicht. Das ist doch irre, oder nicht? Und vor allem, Emanuel ist ja seit fünf Monaten schon wieder neu liiert, im Gegensatz zu Kim. Ja. Worauf sie ja gesagt hat, sowohl dein Bierbauch als auch die Freundin, das nehme ich dir schon ab. Und Emanuel eher ganz froh darüber war, dass sie wohl noch ein, zwei andere sexuell attraktive Männer im Haus hat, weil er gesagt hat, dann ist die wenigstens von mir weg. Und ja. Also sie scheint schon auch wieder ganz erstaunlich ist, dass es anscheinend mehrere Menschen in dieser Reality-Branche gibt, die im Prinzip ein, sag ich mal, ausgedehntes, umfangreiches, nicht sehr wederisches Geschlechtsleben haben, was sie ja für den Bereich Erotik, Berufserotik sozusagen grundsätzlich schon mal qualifiziert. Das heißt, für die ist ja alle vielleicht dann da noch Arbeit auch hinterher, oder? Das stimmt, das stimmt. Aber da hat man schon wieder gesehen, wie sie natürlich auch, weil sie ihrem Ex unterstellt hat, der wäre nicht kommunikationsfähig, dass sie natürlich diejenige ist, die kaum jemanden zu Wort kommen lässt. Sind wir da mal ehrlich? Also ich glaube, da hätten wir als gestandene Männer auch Probleme, zu Wort zu kommen, außer wir würden ihr den Mund zukleben. Ist wahr. Ja, was du sagst, ist richtig. Die Frage ist das, wie lange hält diese körperliche Aktivität und Begeisterung? Wie lange hält die vor und lenkt dich von allen anderen ab? Das muss man ja als Mann, als ganz normaler Mann, kann auch passieren, muss man sagen. Kann passieren. Dann haben wir Tommy und Sandra. Ja, der Tommy tut mir total leid. Warum? Mir tat die Sandra eher so ein bisschen leid. Interessant. Der Tommy tat mir deswegen leid, weil er saß immer so daneben und war für mich so, ich muss mal jetzt sagen, du hast einen Vorteil, du kennst, du weißt, wer die sind. Ich habe die bei Temptation und sonst wo natürlich alle verfolgt. Ich nicht. Ich kenne die beide nur jetzt aus der ersten Folge sozusagen. Ich habe die davor nicht so richtig wahrgenommen. Und der Tommy ist doch bei The Fifty auch, oder? Ja, ich habe irgendwie, also ich habe jemanden von denen schon mal gesehen, aber so richtig ernsthaft auch nicht und ich kann sie auch nicht einsortieren. Auf jeden Fall, die kam rein. Ich habe mit der Sandra gleich ein Problem gehabt, weil die auch nicht mit Jimmy war, die sie ja permanent gestalkt hat am Tisch da, weil die da nicht geantwortet hat, habe ich das gar nicht verstanden. Ich habe dann aber erfahren in diesen Gesprächen und Verdächtigungen, die danach kamen, dass sie allerdings schon ein ziemliches Luder wieder ist. Sie hat ja auch Fremd und bla und hin und her, bei irgendeinem Format allerdings. Bei Temptation Island war das. Ja, ja, genau. Und er steht, aber stand immer nur so daneben und war so ganz lieber ein netter Kerl irgendwie. Deswegen habe ich gedacht, der ist nicht richtig. Ja, da hätten wir natürlich Yvonne jetzt als Insiderin hier haben müssen, die uns so ein bisschen aufklärt. Ich glaube allerdings, der Tommy, der ist da auch nicht so nett, wie man das vermutet. Eventuell werden wir da die nächsten Folgen über noch so ein bisschen schmore werden. Ja, da muss ich noch dazulernen, letztlich, genau. Wen hatten wir noch im Einzug? Waren das schon die Paare? Ich gucke gerade, wie andere sind. Warte mal, warte, warte, war noch was? War noch irgendwas? Ich muss mal gucken an meinen Notizen. Ja, und die sind. Ich und Sandra, wir haben über die ausführlich schon gesprochen, genügt. Sandra und Tommy, ja. Ja, gut, also die Sandra hat sich natürlich mit Kim angelegt, beziehungsweise umgekehrt. Sie hat sie ja kaum zu Wort kommen lassen. Genau, aber ich fand toll, fand ich den Satz, dass Sandra gesagt hat, sie ist eine Fake-Bitch. Ja. Also sorry, ja, also sorry. Und dann mit dem Finger, mal wichtig. Also sorry, sorry, ja. Da musst du dich nicht wundern, dass du von allen rübergerutscht wirst. Hässliche Bitch. Wohin auch immer man sie gerutscht hat, ich weiß es nicht. Nicht wundern, dass du von allen rübergerutscht wirst. Das heißt ja, warte mal, das ist ja passiv, also du wirst rübergerutscht. Das heißt, jemand nimmt dich und rutscht dich irgendwo rüber. Aber worüber? Ja, und das Ding ist das, das ist für mich auch eine Frage von, welche Stellung? Welche Stellung gibt es, die wir beide nicht spontan kennen, wo es darum geht, dass der eine von einem anderen rübergerutscht wird? Und die Frage ist, an welchem Körperteil hat man sie angefasst, damit man sie ziehen oder drücken konnte? Weil passiv heißt ja, du wirst gezogen oder gedrückt, damit du rutscht. Und an welchem Körperteil, Bein, Arm, Kopf, Haare, Extensions, man weiß das alles nicht. Das ist Toxic. Toxic. Definitiv. Definitiv. Aber ich glaube, ach so, hier, dürfen wir noch über das erste Spiel, müssen wir reden. Ja, ich würde ganz kurz noch eins sagen wollen. Und zwar, ich wollte der Yvonne, wollte ich das gestern schon sagen, ich habe es aber einfach vergessen dann. Es gibt wenig Frauen, die das in den Griff kriegen, dass ihre Fingernägel von der Art, wie sie gemacht sind, zu den Fingern passen. Die Frauen, es gibt viele Frauen, die haben irgendwie Wurstfinger und dann probieren sie irgendwie durch Nägel das besser zu machen. Dann gibt es Frauen, die haben so Finger, die sehen aus wie chinesische Essstäbchen und machen dann oben so wunstige, bunte, also es gibt einfach Kombinationen von Nagelformen und Fingern, die nicht zusammengehen. Yvonne hat gestern, das im Prinzip in Perfektion hat sie das gehabt, das war richtig. Wo hast du denn da hingeguckt? Ja, ich habe das einfach gesehen. Also ich sehe gut bei Menschen. Und ich muss sagen, das ist mir auch aufgefallen jetzt, dass zum Beispiel die Kim hat das auch. Die scheinen da, da scheint es gute Nageldesigner zu geben. Und interessant finde ich auch, in welcher Art und Weise und in welcher Vielzahl auch in dieser Branche geraucht wird. Und das habe ich heute auch noch zu meiner Frau gesagt. Viel wahllosen Sex, viel Rauchen, gutes Fingernagel-Styling und aufgepumpte Lippen, das scheint so ein Gesamtkonzept zu sein. Aber ist das jetzt dann auch Product Placement, also so oft wie da gequamt wurde? Das ist es nicht. Und übrigens, muss ich dir noch erzählen, Insider-Geschichte, hat Mike im Live heute erzählt. Er hat sich in seinen Vertrag reinschreiben lassen, dass er jederzeit Tag und Nacht Zugriff auf Zigaretten hat. Und am ersten Morgen, also nach der ersten Nacht, waren keine Zigaretten da. Weil? Und er hat gesagt. Weil die Produktionsgesellschaft ihn wegfordern wollte. Na klar, das kennen wir. Und dann hat er gesagt, ich möchte bitte Zigaretten haben. Ja. Dann passierte eine Stunde nichts. Ja. Dann hat er sein Mikro abgemacht. Ja. Dann kam aus den Lautsprechern, Mike, mach dein Mikro wieder dran. Er so, Zigaretten, erst Zigaretten. Und das war so ein Machtspielchen hin und her. Und da behauptet er heute, da wären die schon vertragsbrüchig geworden, weil im Vertrag steht, mir stehen jederzeit Zigaretten zu. Du als Experte, ist die Zigarettenklausel legitim im Vertrag und hätten sie ihm direkt morgens eine Schachtel hinlegen müssen? Ja. Was sind denn das für Produktionsbedingungen? Moment, Moment. Das Ding ist nur das. Wenn ich das zusage, dann kriegt er jeden Tag seine Schachtel Zigaretten. Wenn der allerdings am ersten Tag schon alles wegqualmt und qualmt mehr als ich denke, zumal er das ganze Monster drin hat und dass er von dem Monster nur runterkommt, wenn er sich die Junge voll raucht. Ja, wenn das so ist. Wenn er schon mal so weit runtergekommen ist, dann ist die Packung halt mitternacht leer. Und wenn du dann ins Bett gehst, ganz ehrlich, wie würde es dir gehen nach einer Packung Zigaretten und einer Flasche Monster? Weißt du eigentlich, bevor ich immer Angst hatte, was für morgens aber nie passiert, was für morgens nie passiert, ich würde glaube ich morgens bei uns nie einen Lachanfall kriegen. Jetzt bin ich aber mittlerweile so übermüdet, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht mehr einen Lachflash kriege und wir uns nicht mehr einkriegen können. Kennst du noch aus der alten Fernsehzeit diesen Trailer mit den schrägen Figuren im ZDF und wo dann kommt der Satz, Monster, Mumien, Mutationen. Ja, ich darf dich aber kurz korrigieren als Klugscheißer, das war eine ARD. ARD, alles klar, Entschuldigung. ZDF war nämlich der fantastische Film. Stimmt, der fantastische, du hast recht, richtig, du hast recht. Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt hieß die Kommentare, der Klugscheißer und so weiter. Ja, aber dafür bist du ein sogenannter Journalist, insofern ist das total okay. Darf ich kurz erwähnen, warum haben eigentlich Mike und Michelle ein Einzelzimmer, ein Einzelschlafzimmer? Ist ihnen nicht zuzumuten, dass andere mit in diesem Zimmer? Ich denke, ich denke, im Vertrag steht drin, erstens, ich kriege so viele Zigaretten, wie ich will, zweitens Einzelzimmer, damit man wenigstens auf dem Zimmer qualmen kann, ja. Und wie fandest du die Situation, als Mike schlafen wollte, liegt im Bett, sie fängt an ihren Koffer auszupacken und er sagt, macht das verdammte Licht aus und sie, nein, ich mache das aus, wenn ich das ausmachen möchte, du siehst doch, dass ich jetzt meinen Koffer auspacke, ich will aber schlafen, dann schlaf doch. Also da muss man sagen, das hätte sie sich zu Sommerhauszeiten nicht getraut, so mit ihm zu reden. Ja, aber es ist wirklich, man muss schon sagen, es ist wirklich, wie soll ich sagen, also albern ist es auch wieder nicht, das ist wirklich toxisch, was soll man sagen, einfach toxisch und ich würde gerne, aber weißt du, was das Tolle, glaube ich, ist und das ist das, was wir vielleicht gar nicht beurteilen können und auch die große Community nicht, wenn die den ganzen Tag so miteinander umgehen, dann ist die scheiß Vögelei am Ende echt eine Erlösung und vielleicht kommt dir die scheiß Vögelei und der Typ, der an dir rumpimpert, nur deswegen so gut vor, weil der Tag so scheiße war mit dieser ewigen Streiterei. Das ist ja so, dass wenn du levelmäßig ganz unten bist, ist ja schon eine kleine Verbesserung, klingt ja schon wie eine Riesenverbesserung. Wenn du sowieso schon gut unterwegs bist, dann ist das echt schwer, noch was zu verbessern und ich glaube, das könnte eine Erklärung sein dafür, dass die sagen, der ist so gut im Bett, weil er sich tagsüber so schräg benimmt und weil so viel Streit ist und so viel Zoff und sich alle gegenseitig hier provozieren und so. Ja, und dann abends im Bett plötzlich, da wird sich angefasst, schön an den Hupen rumgeschraubt, bisschen an den Arsch gegrabbelt und ruckzuck ist das Leben eigentlich wieder schön, weißt du. Und da ist es dann auch ja okay, wenn er den Ton angibt. Also. Ja, das haben wir gelernt, das haben wir von Yvonne gestern gelernt, dass das absolut gefragt ist und da muss man auch sagen, auch da wieder ist der Zug an mir vorbeigegangen. Ich habe diese Scheiß, hier, Dingsbums of Grey, habe ich gar nicht geguckt. Was, du kennst nicht, du hast kein Spielzimmer zu Hause, warst du mit deiner Frau benutzt? Nein, mein Freund, der ist Klassenkamerad damals gewesen, der ist Tischler in Los Angeles und baut für die Prominenten, kein Witz, baut der so Sextoys, Sexmöbel. So Liebesschaukel und so Geschichten. Ja, so Geschichten, aber auch so komische, so wie Turngeräte und sowas alles. Also. Wie aus so Sportunterricht aus der Schule, so ein Bock oder so. Ja, genau. Und der verdient, der verdient damit dann Schweinegeld und macht, der macht noch ganz normale Möbel, aber sehr, sehr, sehr stylisch und sehr interessant, was er da alles anzubieten. Ich glaube, er hat auch Heidi Klums Sextoyschrank gebastelt. Okay. Der gar kein Sextoyschrank ist, aber anyway. Insider. Aber ist dir aufgefallen, dass sie im Interview unter anderem gesagt hat, dass sie sich nicht sicher ist, ob sie auf Dauer ihm widerstehen kann, wenn sie nachts neben ihm liegt? Ja. Das hat sie gesagt, das stimmt. Und sie hat ja in der ersten Nacht sogar ihr Bein auch über Seins gelegt. Und das ist doch schon das erste Anzeichen für Nimm mich, oder? Oder nicht? Täusche ich mich? In der heutigen Zeit, wenn ich hier Riccarda fragen würde, da unsere grünen Riccarda, wenn ich die Frage... Riccarda kurz sagen, Achtung! Achtung! Das ist... Übergriffig. Bitteschön. Also nur das Bein, bitteschön. Das heißt gar nichts. Okay. Kannst du dir vorstellen, dass da Action noch passiert? Nachts? Unter der Decke? Dass wir da noch was Gesicht bekommen? Ja, ja. Die sind beide doof genug dazu. Das glaube ich schon. Ja. Also andersrum, die sind nicht doof genug, die sind geil genug dazu vielleicht. Okay. Und es ist eben... Das Ding ist das, du musst mal... Das ist gar nicht... Also ich glaube, da ist mir auf dem Weg beim Quatschen, im übermüdeten Rausch, ist mir was Gutes eingefallen, weil wenn du... Wenn du dich die ganz... Den Umgangston, den die haben, den Stress... Jetzt sind sie ja getrennt, aber stell mal vor, die sind zusammen. Was da in der Bude die Luft brennt, aber den ganzen Tag... Und wenn du dann ins Bett gehst und atmest durch und kannst ein bisschen vögeln, ist das echt, glaube ich, gut. Und hinterher sagst du, naja, aber wenigstens... Also so. Schlimm wird es, richtig schlimm wird es, wenn einer von beiden mal Brechdurchfall hat oder so und es einfach nicht zum Vögeln kommen kann, ein paar Tage. Dann ist der andere ziemlich im Arsch, glaube ich, weil der Ton bleibt ja gleich. Eieieiei. Ich glaube, ich muss diese VG als FSK 18 auch deklarieren, das geht sonst bei YouTube nicht durch. Allerdings, lass uns über was Schönes sprechen, am nächsten Morgen hat er für beide Frühstück gemacht und ihr Frühstück ans Bett serviert. Was allerdings kurze Zeit später schon wieder in einer Diskussion mündete. Ich muss kurz überlegen, worum es ging. Kannst du dich erinnern? Sie haben zumindest ein Streitgespräch, dass sie wieder gesagt hat, da hat er doch noch gesagt, das ist nur ein Tipp. Und da hat sie gesagt, das ist ja schön, Tipps kannst du mir geben. Warum klingt das bei dir immer so, dass es bestimmen... Aber was war das nochmal? Bestimmt wie ein Vorwurf oder irgendwie sowas war das, genau. Ja, aber was es war, weißt du auch nicht mehr, ne? Nee. Keine Ahnung. So, dann hatten wir noch ein Spiel, ne? Ja, Höhe, Höhe. Und da triggern wir Mr. Mike. Was ich übrigens ganz spannend fand, also es ging um eine Liebesschaukel, wo wir gerade beim Thema waren. Du solltest dich hin und her schaukeln zu zweit in zwei Kilometer Höhe. Keine Ahnung. Und solltest hin und her schaukeln, dir Begriffe nehmen, Sprichworte. Das Peinliche war für mich in der Tat, dass einige Sprichworte die jungen Menschen gar nicht mehr kannten. Ja. Spatz in der Hand taube auf dem Dach. Aber das hat mich in den letzten Folgen und Sommerhaus der Stars und so, hat mich das alles nicht mehr gewundert. Mich hat auch das Spiel nicht besonders... Also dadurch, dass man das Sommerhaus der Stars kennt, kennt man solche Mechaniken. Und es ist sozusagen, da erwarte ich jetzt auch nichts Neues. Also auch in der Schleife ist etwas Großartiges. Aber wir haben ja trotzdem, während alle anderen sich relativ gut geschlagen haben, hat unser Megeli Mike gesagt, du, ich verweigere das. Und nicht nur das, ich möchte sofort hier Schluss machen, aber du sagst bitte hier in die Kamera, dass wir abbrechen. Das machst du. Warum? Weil er in diesem Moment keine Zeit hatte, diese Höhenprüfung zu machen, weil er ja im Vertrag drin stehen hat, dass er jederzeit und immer so viel rauchen darf, wie er will. Und er wollte einfach mal einer rauchen. Und du kannst ja nicht ankommen, wenn jemand rauchen will, hat das im Vertrag stehen, dass er rauchen kann, wann er will und so viel Zigaretten kriegt, wie er will, dass er dann plötzlich performt, wenn irgendjemand anders das will, der das mit dem Rauchen gar nicht zu bestimmen hat. So. Aber dadurch, dass sie abgebrochen haben, geht von der Gewinnsumme von 100.000 Euro 10k Flöten. Ja. Und wie war seine Reaktion darauf? Ja. Ist mir doch scheißegal. Ist mir doch scheißegal. Meine Gage hier ist doch höher, ich zahle euch das alles eh aus. Das ist so irrwitzig. Also selbst wenn er sonst alles richtig gemacht hätte, ist das so irrwitzig, sowas zu sagen. Dann fiel noch der Satz, ich tue das nur für Michelle, denn sie ist wegen der Kohle hier. Ja. Aber auch noch gesagt. Ja. Das Irre ist das, ich verstehe das, warum nicht. Und da glaube ich wirklich eins, da glaube ich, wir hatten das gestern angedeutet, ich glaube, es gibt tatsächlich auch diese fehlende Grundintelligenz. Weil das ist selber so, das ist so, also du machst dir alle Leute da drin zum Feind, du machst dir die Produktionsfirma zum Feind, du bist ja auch unter Umständen vertragsbrüchig noch dazu, weil du hast ja schon Andeutung über dein Gehalt gemacht, was im Vertrag drin steht, was man nicht darf. Das ist einfach, ich weiß nicht, warum man so, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und pass auf, wenn du denkst, das kann nicht mehr schlimmer kommen, ich habe mir, wie gesagt, vorhin noch sein YouTube Live angeguckt, wo er ja die Folge auseinandergenommen hat und da hat er etwas erzählt und jetzt fällst du gleich von der Couch. Er hat wirklich gesagt, dort wurde geschnitten. Dort wurden Dinge weggelassen. Er hat Beispiele genannt. Er hat Beispiele genannt. Die Autofahrt, als sie zum Haus hin sind. Ja. Da wurde ganz viel von der Autofahrt weggelassen, hat er gesagt. Und zwar, als sie Spaß hatten, Scherzchen gemacht haben und sich gut verstanden haben. Das hat man weggeschnitten. Pass auf. Ganz ehrlich, ich bin kurz davor, ich überlege mir, ob ich ein Messer hole, mir die Pulsanlage aufschneide. Also jetzt kann ich das Leben nicht mehr, ich weiß nicht genau, ich mache es jetzt nicht. Lass uns bitte so eine Triggerwarnung oben einblenden oder so. Genau. Und sag Bescheid. Der Mann ist durchgescheppert. Aber auf jeden Fall, ich bin ja so schockiert. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schockiert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du glaubst, ich hatte, also. Das war aber noch nicht alles. Das war noch nicht alles. Das ist alles nicht eins zu eins. Ist deren Tag, der Tag in Südafrika, der ist doch nur 90 Minuten lang mit Werbung. Und das war ja noch nicht alles, die Enthüllung, der Schnitts. Pass auf. Außerdem ist ihm aufgefallen, weil er hat ja, wir wissen ja, möchtest du es nochmal kurz zusammenfassen, er hat sich ja ein Klamottenkonzept überlegt. Jeden Tag, dass man ihn erkennen kann. Das geht ja, glaube ich, darum. Ich glaube, die Idee war des Erkennens. Des Erkennens, ob die Interviews, die gemacht wurden, am selben Tag. Und den wichtigsten Trick hat er vergessen. Das hatte ich, glaube ich, ja seinerzeit angemerkt. Denn das Beste, um zu verhindern, dass du geschnitten wirst, ist, dich permanent zu bewegen. Weil wenn du dich permanent irgendwie so bewegst, dann kann man nicht einfach schneiden. So, das kennt er nicht, den Trick. Deswegen ist bei ihm der Klamotten-Trick. Es ist ja immerhin ein MI5-mäßig durchdachtes Konzept. Das muss man sagen. Dann hat er gesagt, bei der Begrüßung zum Beispiel, als Kim Virginia und ihr Ex kamen, auch da hat man Gesichtsausdrücke in Großaufnahme von ihm reingeschnitten, die da, wenn er so komisch geguckt hat, Grimassen gezogen hat, die waren nicht in der jeweiligen Szene. Das hat er nicht gemacht. Was man daran so sagte, erkennen konnte, dass Michelle, als die beiden Mädels ankamen, äh, als Virginia und ihr Ex ankamen, saß Michelle auf dem Stuhl, draußen auf der Terrasse. Fünf Sekunden später war sie weg, weil sie in Wirklichkeit nämlich Küche oder Klo war. Und eine weitere zehn Sekunden Szene später saß sie wieder da. Das heißt also, man hat uns Szenen untergeschoben, gemogelt, untergemogelt. Ja, es ist noch schlimmer. Ich hätte jetzt gerne zum Beispiel auch einfach im Rahmen einer Dokumentation, hätte ich gerne schon gesehen, was sie jetzt auf der Toilette gemacht hat. Wie genau, das will ich alles wissen. Und, ähm, das wurde alles nicht gezeigt, willst du mir hier mal allen Ernstes nochmal wieder sagen. Das heißt, das ja, bedeutet ja tatsächlich, dass die Geschichte, dass der Tag in Südafrika 90 Minuten hat, dass es ganz falsch ist. Sondern wenn der auch so viele Stunden hat wie wir hier, dann frage ich dich, wie kann man denn überhaupt eine Sendung über, wie viel, zwölf Folgen? Zehn. Zehn Folgen. Über zehn Folgen, also, ah, das sind dann 900 Minuten oder so, wenn doch in Wirklichkeit 6000 Minuten vergangen sind in der, das ist ja irre. Kriegt das nach Betrug? Darf ich mich so weit aus dem Fenster lehnen? Ich möchte, pass auf, ich möchte nicht, ja, dass die Produktionsgesellschaft uns eines Tages mit einer Tüte über den Kopf Seapoint ist das, Seapoint aus Köln. Jetzt sagst du das auch, jetzt hast du es auch noch gesagt. Seapoint aus Köln. Und die kommen, weshalb, wenn jetzt, jetzt ist es nämlich deine Schuld, wenn die morgen hier vor der Tür stehen und mir in den Sack über den Kopf stülpen, ja, und mich dann dazu zwingen, dass ich irgendwo Frauen beleidige oder sowas alles mache und mich da scheiße verhalte und Zigarren im Pool rauche und sowas, ja, wenn das passieren soll, dann bist du daran schuld, mein Freund. Das ist nicht fair. Du kannst jetzt hier nicht die Produktionsgesellschaft, die hat, ich bin auf Seiten der, ich bin Team Produktionsgesellschaft. Ich glaube, die haben alles eins zu eins gezeigt. Ich glaube, sie haben nicht geschnitten. Außerdem, und jetzt sag ich dir mal was, ja, die haben nicht mal Leute, die schneiden, weil es gibt nämlich ganz wenig Personal auf der Welt und schon gar nicht welche, die gut schneiden können und deswegen ist es nicht geschnitten, sondern einfach eins zu eins gezeigt. Und jeder, der hier was anderes sagt, der lügt. Und ansonsten, ansonsten, Loyalität. Und jeder weiß auch, dass gerade Schnittpersonal in Südafrika da durchaus Mangel herrscht. Also, ist übrigens aufgefallen, apropos Toilettenszene, man hat Mike beim Pinkeln zumindest gehört. Ist dir das aufgefallen? Da hat er nämlich mit sich selber gesprochen. Da hat er doch die Mädels, Gina und Emily, rausgeschickt aus dem Bad. Ja, ja, ja. Wollt ihr mir beim Pinkeln zugucken? Ihr dürft gerne bleiben. Und dann hat man noch gesehen, da hat man so einen Vorhang, hat er davor gemacht. Aber man hat gehört, wie er Wasser gelassen hat und mit sich selber gesprochen hat. Und übrigens ist dir aufgefallen, im Schlafzimmer, als er alleine war, hat er auch Selbstgespräche geführt. Ja, hat er gemacht. Und ich glaube, diese Selbstgespräch-Ding, das ist ja das Ding, wenn du alleine mit deiner Lichterkette wohnst und hast einen Kühlschrank, wo nichts drin ist, dann fängst du irgendwann das Sprechen an. Frag mal Tom Hanks. Das ging dem genauso. Der hatte nichts. Wilson. Auf der Insel. Außer diesem Fußball. Und schon hat er angefangen, mit dem zu quatschen. Das passiert dann. Das ist ganz normal. Pass auf, am Ende möchte ich noch was in puncto Schnitt und was ganz, ganz merkwürdig von Seiten der Produktionsfirma. Das hat er heute noch eine Sache aufgedeckt. Bei der Anfangs-Maz, wo die beiden vorgestellt werden, da siehst du ihn unter anderem in einer schwarzen Lederjacke. Ja. Wo man ihn gezwungen hat, diese anzuziehen. Die wollte er nicht tragen. Man hat ihn gezwungen, diese anzuziehen. Und pass auf, erinnerst du dich an die Szene im Whirlpool mit der Zigarre? Ja. Auch da, das wollte er nicht. Und er hat gesagt, warum soll ich das tun? Und da hat der Redakteur von Seapoint gesagt, mach mal, das sieht gut aus. Und dann hat er es einfach gemacht, weil er sagt, in meinem Vertrag steht drin, ich muss die Dinge tun, die man von mir verlangt. Jetzt klär du uns nochmal auf. Muss man sich mit einer Zigarre in den Whirlpool setzen und dumme Sprüche von sich geben? Ist das verpflichtend in einem Vertrag? Das steht standardmäßig. War das bei Wegbrau auch immer so? Das war vor allem mein Arbeitsvertrag, da stand das drin. Whirlpool, Zigarre? Mit Ende Muld stand drin. Mit Rainer Lauchs in den Hotline? Nee, wenn, nicht Rainer Lauchs, der ist ja unter mir. Wenn John Demol kommt und sagt, ich muss mich mit einer Lederjacke an den Pool stellen oder in einen Whirlpool gehen und Zigarre rauchen, dann hätte ich das machen müssen. John hat das aber nicht gesagt, sondern John hat so Sachen gesagt wie, was ist denn das für ein scheiß Licht? Also er hat das mit dem Pool von mir nie verlangt. Aber wenn es gewesen wäre, hätte ich es machen müssen. Er hat, oh, guck mal, ohne unbewusst, unbewusst, hast du mich noch auf was gebracht, was er verraten hat im YouTube Live? Licht. Man erschafft in diesem Haus eine Art künstliches Licht und zwar nicht, damit die Kameras überall gut filmen können. Nein, um dich zu verwirren. Nee, nee, nee. Um den Zuschauer zu verwirren, denn wenn du suggerierst bei den Aufnahmen, dass du nicht sehen kannst, ist morgens, mittags oder abends von den Lichtverhältnissen, sondern es sieht immer gleich hell aus, kann man die Szenen so schneiden, ohne dass man merkt, das ist doch eine ganz andere Tageszeit gewesen. Ist das ein Fuchs? Also, Entschuldigung. Weißt du was? MI5 Mike wird, und jetzt, pass auf, und jetzt wird es zum Ende unserer kleinen Sendung hier, weil wir dringend ins Bett müssen, wird es echt pikant. Du erinnerst dich an Behind the Seas, ne? Der Kanal, den keiner abonniert hat, ja. Ja. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte sagen, beachte dieses feine Wortspiel, Behind the Seas. Ist dir aufgefallen, dass, wenn die Klage gegen Seapoint durchkommt, diese Firma einen neuen Besitzer haben wird und einen neuen Ammen, nämlich Seapoint? Oh, wow. Haben wir das jetzt aufgedeckt? Haben wir morgen eine Unterlassungsklage am Hals? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Also, das Ding, nach den Sachen, die er aufgedeckt hat, ist da kein, ich, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Ich glaube, dass die gesamte Firma Seapoint entlassen wird, dass dann unter dem Ammen Seaspoint ein neuer Laden aufgemacht wird, der zugegebenermaßen dann keine einzige Produktion machen wird. Aber, aber, aber ich glaube, Seapoint ist erstmal, wenn man schneidet, ist es schon ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Aber tages-nacht-Licht-Bertäuschung, das ist wirklich eine, da muss man sagen, also da werde ich jetzt nochmal den Hauptpastor von Michel fragen, den ich vorhin getroffen habe, ob das noch mit der Kirche und mit allem zu vereinbaren ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und zum nächsten Ersten heißt die Firma dann, zum nächsten Ersten heißt die Firma dann Behind-the-Seas-Point. Ja. Ja. Ach. Das ist unglaublich. Oder Fifty Love. So. Oder Toxic Dude. Oder Toxic Dude. Man weiß es nicht. Bist du der kleine Toxic Dude. Ja. Bevor wir noch weitere schlechte Gags machen, gehen wir besser zu Bett jetzt. Sagen allen anderen auch Gute Nacht. Ja. Ich werde nämlich folgendes machen. Ich werde dieses Video jetzt gleich online stellen, damit die Menschen mit uns sozusagen schlafen gehen können. Als kleine Late Night Show. Ja, das finde ich toll. Das weiß keiner, dass das Video gleich online geht. Machen wir einfach mal so. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Dürfen wir noch mal sagen, Sonntag, 18 Uhr mit Kay Ray. Ja. Das ist der Mann, der kein Blatt vom Mund nimmt. Und der bekommt diese Folge, die wir jetzt geguckt haben, zugeschickt, weil das wird riesen Spaß werden. Morgen. Lass uns doch mal kurz eine Nachricht für Kay hier noch aufnehmen. Die schicke ich ihm. Ja. Erklär du ihm kurz, warum er das gucken muss. Und mach eine kurze Message für ihn, bitte. Leg los. Lieber Kay, wir sitzen hier in unserem Podcast. Es ist jetzt Mitternacht, ja. Es ist gar kein Podcast. Wie heißt das eigentlich? Nightcast, oder ich weiß es nicht. Also es ist ein Nightcast. Midnightcast. Und da sitzen wir jetzt und diskutieren gerade über eine Sendung. Und zwar diese Sendung ist prominent getrennt. Da haben wir Lieblingskandidaten. Da gibt es aber keine Prominenten. Doch, das sind alles, jetzt müssen wir kommen. Wir müssen jetzt schon, also das sind Menschen, die auf jeden Fall in ihrer Blase prominent sind. Also ähnlich wie in der politischen, in politischen Berlin. Sonst interessiert sich keine Sau für die. Aber in der Blase sind sie halt wichtig. Und jetzt geht es uns um Folgendes. Wenn wir dann am Sonntag live gehen, dann würden wir gerne von jemandem, der zwar nicht unbeleckt ist, aber der unbeleckt ist, was die Folge, das konkrete Format angeht. Wir würden gerne, Kay, dass du dir das anguckst, die Sendung. Und dann mit uns deine Eindrücke teilst über die Sendung, über die Menschen, die da mitmachen und deren Verhalten. Und genau, darüber wollen wir gerne mit dir reden. Das wäre toll. Und bitte, bitte nicht vorspulen. Guck dir die kompletten 90 Minuten an, bitte. Bei der Werbung darf man vorspulen. Ansonsten, man muss sich die 90 Minuten angucken. Es ist, wie gesagt, es ist einfach eine andere Welt. Es ist ein bisschen wie in Zoo gehen. Und dann reden wir drüber. Sonntag, 18 Uhr mit Kay Ray hier auf diesem wunderbaren Kanal. Und jetzt sagen wir gute Nacht. Habt schöne Träume. Und wer weiß, was unser Lieblings-Youtuber heute Nacht so macht. Wir wissen das nicht. Wir müssen um 0 Uhr die nächste Folge gucken, wenn sie kommt. Aber sie kommt nicht. Sie kommt erst in einer Woche um 0 Uhr. Ich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank.